Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Ich lese eure Nachrichten. Ich glaube, das ganze Wochenende wurde ich bombardiert auf Instagram mit Na, wie ist denn jetzt deine Meinung zu One Piece of Netflix? Naiv hast du One Piece of Netflix gesehen? One Piece of Netflix, One Piece of Netflix, One Piece of Netflix. Ich habe ja ein Video dazu gemacht zum Trailer. Ja, ich war nicht so begeistert, aber jetzt habe ich die ganze Serie geschaut, beziehungsweise Staffel 1. Ich weiß nicht mal, ob wir eine Season 2 kriegen. Aber 8 Episoden Netflix, One Piece habe ich jetzt geschaut. Was ich von der Nummer halte, das verrate ich euch jetzt wie immer ungefiltert. Ja, hier kann zu Spoilern kommen, was One Piece den Manga angeht und One Piece die Netflix-Show. Bitte seid ihr euch dessen bewusst und da ist was, es folgt nur meine Meinung. Ich glaube, damit wurden alle das klämt. Legen wir los! Okay, es ist tatsächlich soweit. Wir haben jetzt eine Live-Action-Adaption von One Piece. Und One Piece ist ja, wenn ich mich nicht irre, der beliebteste Anime aller Zeiten. Und ein bisschen muss ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war früher als Kind ein Manga-Leser. Ich weiß, das ist komisch, weil ich so gut wie nie über Mangas rede. Aber ich habe alle 42 Dragon Ball-Bände gelesen. Und als wir so am Ende angekommen sind, da war ich noch in der Grundschule, gab es eine Werbung. Und da hieß es, es gibt ein Leben nach Dragon Ball. Und dieses Leben heißt One Piece. Also habe ich angefangen, mir die One Piece Mangas zu holen. Und ich habe sie verschlungen. Ich habe mich in diese Welt verliebt, in die Charaktere verliebt. Ich lese es so seit der 6. Klasse. Habe irgendwann aufgehört. Nicht, weil ich es irgendwie kacke fand, aber weil kein Ende in Sicht war. Und ich glaube, ich habe 68 Bände zu Hause. Ich weiß, dass die Serie immer noch weiterläuft. Und ich habe mir auch immer gesagt, sobald ein Ende in Sicht sein wird, werde ich mir die restlichen Mangas auch besorgen. Und es einfach in einem Rutsch auslesen. Weil ich bin mit diesen Figuren groß geworden. Wortwörtlich. Die sind größer geworden und ich bin größer geworden, während ich das gelesen habe. Ich meine, das war eine Sache, die habe ich während der Grundschule gelesen. Durchs Gymnasium durch. Im Studium. Das ist unfassbar. Ich kann mich an keine andere Serie erinnern, wo ich so lange am Ball war mit den Figuren. Und deswegen verstehe ich auch, dass Leute das so sehr lieben. Und natürlich, sobald es eine erfolgreiche Anime- oder Trickserie gibt, sagt man sich, das adaptieren wir für Live-Action. Weil es ja immer so gut funktioniert, oder? Und vorletztes Jahr hatten wir Cowboy Bebop. Cowboy Bebop ist mein Lieblings-Anime. Und ich hasse das Netflix-Ding. Ich finde es zum Kotzen. Ich fand es scheiße. Ich habe euch gesagt, wie scheiße ich es finde. Dann kam der erste Trailer raus zu One Piece in Live-Action. Und ich habe gesagt, sieht scheiße aus. Sieht furchtbar aus. Und ich war bereit, das Ding zu hassen. Und ich habe am Freitag mit Sebastian die ersten drei Episoden Back-to-Back geschaut. Und ich bin ganz ehrlich, hätte ich hier abgebrochen und wäre ich vor eine Kamera gesprungen, hätte sich meine Meinung nicht geändert. Hätte ich gesagt, das ist furchtbar. Das ist einfach nicht meins. Ich war aber fair genug. Ich habe mich hingesetzt und die restlichen fünf Episoden geschaut. Meine Meinung hat sich geändert. Deswegen ist es ganz schwierig, über One Piece zu reden. Weil es gibt Sachen, die ich wirklich mag. Es gibt Sachen, die ich wirklich nicht mag. Aber im Gesamten verstehe ich jetzt, warum Fans das so sehr lieben. Okay. Die One Piece Netflix-Adaption fasst tatsächlich in acht Episoden ca. 11,5 Mangas zusammen. Und wer überhaupt lost ist und fragt, worüber redet Eve überhaupt? One Piece ist eine Story, ist eine Piraten-Story. Die dreht sich um einen kleinen Jungen, der zumindest zu Beginn ein kleiner Junge ist, Ruffy, der eine Teufelsfrucht ist. Dadurch wird er zu einem Gummi-Menschen. Das heißt, er kann nicht schwimmen, will aber Piratenkönig werden, weil der alte Piratenkönig, Gold D. Roger, bevor er hingerichtet wurde, hat gesagt, mein Gold ist irgendwo da versteckt. Und jetzt ist dieses große Piraten-Zeitalter losgebrochen. Leute suchen überall nach diesem Schatz. Und Ruffy rekrutiert nach und nach eine Crew und hat Abenteuer. Und es gibt verrückte Bösewichte und es gibt eine gigantische Welt und Mythologie. Und das Problem, das ich hatte, als ich die Trailer gesehen habe und als ich auch die ersten paar Episoden gesehen habe, ist folgendes. Es gibt Sachen, die für mich eher in Animationsform funktionieren als in Live-Action. Und zwar, die Welt von One Piece ist manchmal ein wenig albern, aber es wirkt nie albern, weil man nimmt sowas hin in einem Manga oder einem Anime. Zum Beispiel, es gibt Teleschnecken bei One Piece. Das sind Schnecken, die machen auch den Mund auf und mit denen telefoniert man. Es gibt manchmal Charaktere, die haben Bärenohren. Und in einem Manga hinterfrage ich sowas nicht. Wenn ich das in Live-Action sehe, wirkt es ein wenig albern. Und das muss ich einfach sagen. Und ich musste mich sehr an diesen Stil gewöhnen. Weil man steht vor einer Mammutaufgabe. Man will die Fans nicht vor den Kopf stoßen. Man will sie aber auch nicht, man will aber auch nicht das so erscheinen lassen, als wenn man es nicht ernst nimmt. Und das Problem ist, was macht man? Entweder man entfernt sich zu sehr von der Vorlage und man hat dann, keine Ahnung, eine seriösere Version von One Piece, aber ohne diese Elemente, die One Piece zu One Piece machen. Oder man sagt, nein, wir machen es cartoony. Und dann sind da Leute wie ich, die sagen, aber die Kostüme sehen manchmal ein bisschen Cosplayermäßig aus. Und ja, deswegen, ich habe es sehr lange gebraucht, um mit dem Stil warm zu werden. Was ich allerdings sagen muss, die Serie hat das Herz am rechten Fleck. Die hat das Herz absolut am rechten Fleck. Man merkt die Fanliebe. Ich habe mir auch noch Interviews mit dem Cast angeschaut. Das sind alles Fans. Und der Typ, der Ruffy spielt, er hat diese unfassbare Unschuld und dieses Fröhliche in seinen Augen und so weiter. Gleichzeitig rockt er auch die ernsten Momente. Generell, der Cast, was die Crew angeht, gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Scene-Stealer Zorro. Zorro ist so ein Charakter, der in den Comics der coolste ist. Und das ist er hier auch. Er ist still. Und er spielt es auch anders als die anderen Figuren. Er spielt es viel stoischer. Und es macht wirklich Spaß. Auch die Action-Sequenzen funktionieren. Es wird nie in Live-Action, ob Fantastic Four ist oder sonst was, es wird nie richtig cool aussehen, wenn man diese Stretching-Fähigkeiten hat. Ich weiß auch nicht, warum. Es funktioniert für mich einfach nie. Aber Nami haben die gerockt, Lysop haben die gerockt, obwohl mit Lysop habe ich so ein Problem. Und später Sanji. Ich kann euch ganz genau sagen, wann mich die Serie gecatcht hat, als sie im Baratier waren. Da habe ich gesagt, oh, jetzt bin ich glaube ich doch am Start. Das überrascht mich selber. Weil als wir in der Eröffnung-Sequenz sowas wie Captain Morgan hatten und ich sogar sein echtes Kinn unter diesem Metall-Ding sehen konnte, da habe ich mir, trägt der das einfach nur aus Style? Ich dachte immer, im Comic trägt der das, weil das eine Prothese ist. Das sah einfach so fake aus. Und es gibt ein paar Sachen in der Show, die halten sich akkurat an die Vorlage. Und vor sowas habe ich wahnsinnig Respekt. Aber weil sie das Ganze so im Schnelldurchlauf erzählen, fehlen mir ein paar dramatische Punches. Zum Beispiel Zorro, bevor er Teil von Ruffy's Crews, ist ja festgebunden in diesem Marinehauptquartier. Und eigentlich haben die da so eine Wette mit ihm. So und so lange musst du es aushalten, ohne zu essen und wir lassen dich frei. Dann sagen sie ihm aber, haha, wir haben dich verarscht und erst dann wird er von Ruffy befreit. Hier wird er schon vorher befreit. Und dann denke ich mir, ha, es wäre viel tragischer, wenn er seinen Ehrenkodex beibehalten hätte und es für nichts gewesen wäre. Deswegen, das sind so diese Momente, die mir tatsächlich fehlen. Es gibt so einen Lysop-Moment, das ist einer meiner Lieblingsmomente in der kompletten Saga von One Piece. Und zwar, wenn es um die Fischmenschen geht. Der kämpft gegen die, rennt aber weg, dann beschmiert er sich mit Ketchup und will Nami sagen, ja, ich hab's probiert und, äh, ach, ich wurde, äh, ich hab's nicht hingekriegt. Und dann schämt er sich selber, rennt zurück und sagt, nein, das kann ich so nicht machen und greift den erneut an. Hier verarscht er den Fisch nur und ich hätte mir dieses Drama viel mehr gewünscht. Und weil halt alles so im Schnelldurchlauf ist, klappern wir viele Bad Guys ab. Manche funktionieren, manche nicht. Buggy, der Clown, ist so ein Charakter, der für mich bei One Piece in der Serie noch nicht richtig so wirklich funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum. Sowohl die Trennkraft sieht ein bisschen komisch aus, als auch seine restliche Crew wird nicht wirklich beleuchtet. Da gab es diesen ganzen Arc mit einem Hund. Den Hund sieht man sogar ganz kurz, aber es ist kein Arc, kein Nichts. Es fehlt mir ein wenig. Äh, auch das mit Boregar und, äh, Lissops Story fand ich ein bisschen schade, weil er ist der einzige Charakter, wo die Backstory, dass er auch selber immer Pirat sein wollte, nie so krass beleuchtet wird. Aber alles, was sie mit Zorro's Backstory machen, hat mir wundervoll gefallen. Mir hat Sanjis Backstory, dass sie das so gut umgesetzt haben mit Jeff und ihm und dass der ja sein eigenes Bein gegessen hat und Sanji dort hungert. Ich gehe halt davon aus, dass ihr den Manga gelesen habt oder die Serie geschaut habt, weil teilweise geht davon auch die Serie aus. Ich frag mich immer, funktioniert die Serie für Leute, die das nie gelesen oder, äh, geschaut haben, weil es ist halt ein derartiger Schnelldurchlauf. Aber alles, was sie da auf diesem Baratier gemacht haben, auch das Setdesign, sah so herrlich cartoony aus, dass ich von diesem Zeitpunkt an drin war. Und Arlong, Arlong, im Trailer war ich kein Fan, aber letztendlich, als ich gesehen habe, was sie aus ihm gemacht haben, hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, ich glaube, Don Creek-Fans könnten ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden, weil er kämpft nicht mal gegen Ruffy. Er ist kurz da, dann ist er weg, weil Falkenauge. Und Falkenauge ist ein wichtiger Charakter und ich hab das Gefühl, dass sie ihm und auch Shanks gerecht wurden. Das heißt, das hat alles ziemlich gut funktioniert. Letztendlich, die Momente, wo mich die Serie richtig gekriegt hat, waren die, die emotionale Punches waren oder wo sie etwas aus dem Manga genommen haben und es ein bisschen besser gemacht haben. Erlaub ich mir das überhaupt zu sagen? Zum Beispiel Corby. Corby war ja dieses Mädchen für alle auf Alvidas Schiff. Wollte unbedingt Marinesoldat werden. Das war im ersten Band der Fall, dann war er weg und hat immer ein Zwischenkapitel. Das war immer nur eine Seite gesehen, wie aus ihm und Helmeppo Freunde wurden. Und hier kriegen die den ganzen Arc, wir sehen das parallel und das finde ich tatsächlich schön. Das funktioniert richtig gut. Und der emotionalste Nami-Moment, wo Ruffy ihr seinen Hut aufsetzt, nachdem sie gebrochen ist, das finde ich cool. Auf der anderen Seite, im Manga hatten wir das Gefühl, dass sie ihn verrät. Wir hatten das Gefühl, dass sie wirklich für Alon arbeitet. Dieses Gefühl hat mir die Serie nie suggeriert. Und ich hätte es mehr gefeiert, wenn der Hut diese große Bedeutung gehabt hätte. Erneut Charaktermoment. Nami grapscht einmal nach seinem Hut und Ruffy sagt zu ihr, fass meinen Hut an und du spielst mit deinem Leben. Und deswegen, wenn er ihr den Hut aufsetzt, weiß sie, oh mein Gott, das ist sein Leben. Und er schenkt es mir gerade, das ist wirklich mein Freund. Und ich weine und ich bin so gerührt, weil ich bin mit meinem Lowest Low und er ist jetzt da für mich. Aber der Schwur, wo sie alle zur Grand Line fahren, das war der Moment, wo es mich richtig gekriegt hat. Wo ich sage, okay, okay, ich bin dabei. Alles in allem, das Casting durch die Bank weg durch, funktioniert ohne Ende. Man braucht ein bisschen Zeit, um sich auf diesen cartoony, akkuraten Stil aber einzulassen. Und in gewisser Hinsicht ist das die beste Anime-Adaption, die ich je gesehen habe. Was ich nicht gedacht hätte, weil ich war so raus vom Look und vom Feel. Aber wenn man sich drauf einlässt und wenn man die Vorlage kennt, muss man sagen, das sind Leute, die haben sich mit Eiichiro Oda abgesprochen. Das sind Fans und die probieren wirklich das Beste rauszuholen, was sie tun können. Und ich glaube, wenn sie noch ein bisschen mehr auf Figuren setzen, noch ein bisschen mehr die Charaktere atmen lassen. Wie zum Beispiel Sanji war phänomenal gespielt und ich mochte auch seine Backstory. Aber dass er tatsächlich Teil von Ruffy's Crew wurde, das ist so schnell passiert. Ich mag es, wenn die Figuren erstmal atmen und man dann diese Motivation hat, okay, deswegen ist er jetzt an Bord. Aber der Schwur, wo die ganz klaren Motivationen und Träume doch mal definiert werden, weil das ist das, worum es sich wirklich in One Piece dreht. Träume. Jede Hauptfigur hat einen Traum und es lohnt sich dafür zu kämpfen. Und das ist auch das Piratenleben, so wie Ruffy es sieht. Und ich mag die Tatsache, dass es immer diese großen Mythen gibt und mythische Charaktere, aber irgendwann werden unsere kleinen süßen Piraten selber zu sowas. Und das gefällt mir ziemlich gut. Letzter Meckerpunkt, Garp. Garp ist toll gespielt, aber ich finde es doof, dass er jetzt schon so eine große Rolle spielt und es uns vorweggenommen wird, dass es Ruffys Großvater ist. Hätte ich später gerne gesehen. Ich hätte hier gerne Captain Smoker gesehen, auf den angespielt wird in der allerletzten Sequenz. Aber ich muss sagen, dafür, dass es eine Netflix-Adaption ist, dafür, dass es nur acht Episoden sind und dafür, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen, habe ich es am Ende doch gefeiert. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich hoffe, sie kriegen eine zweite Staffel. Allerdings, wenn sie eine zweite Staffel kriegen, mehr Zeit für die Figuren ist notwendig. Und wie setzen sie Chopper um? Wie setzen sie Frankie um und wie setzen sie Brooke um? Das will ich wirklich sehen. Ich meine, das kann echt eine Make-it-or-Break-it-Sache geben. Aber alles in allem ist es ein schönes Piraten-Abenteuer. Es hat ein bisschen Kitsch, es hat Herz, es hat Action, es hat spaßige Figuren. Und ja, es gab schon so lange kein Piraten-Abenteuer mehr, abseits von Flucht der Karibik. Und das mal in Live-Action zu sehen, ist halt auch was Schönes. Deswegen, ich habe ein Herz für die Nummer. Trotz Schwächen ist es eine Serie, die ich genieße. Letzte Sache, die mir jetzt einfällt, weil ich will jetzt das Video auch beenden, aber eine Sache hat mich noch gestört. Ich muss sie einfach erwähnen. Und zwar, Garb stellt sich seinem Enkelsohn und er würgt ihn und Ruffy lacht. Und das erinnert ihn an Gold Roger und deswegen lässt er ihn gehen. Ich mag die Inszenierung tatsächlich wesentlich mehr im Manga. Weil er da kurz davor ist, exekutiert zu werden von Buggy. Und trotzdem nimmt er sein Schicksal an und lacht. Und das sieht Captain Smoker und denkt, oh mein Gott, die Geschichte wiederholt sich gerade. Wir haben da jemanden auf dem Schafott, der kurz davor ist zu sterben und er lächelt. Ich sehe das Ebenbild von Gold Roger. Er wird eventuell wirklich der nächste Piratenkönig. Das finde ich cool, aber so wie es hier dargestellt wurde, war es halt ein netter persönlicher Moment zwischen Großvater und Enkelsohn. Nicht schlimm oder so, aber das andere war wirklich episch. Alles in allem bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt darauf, wie sie die Barock-Mafia umsetzen, weil die haben sie ja jetzt schon eingeführt. Generell, es gibt viel mehr interkonnektive Sachen hier, dass Bad Guys sich schon treffen, Arlong und Buggy. Es stört mich nicht. Ich bin gespannt, in welche Richtung sie gehen. Sie brauchen definitiv mehr Episoden. Und sie sollten aufhören, so durch Story-Arcs zu rushen. Aber wenn man sich damit irgendwie abfindet, mit den Kostümen, gerade mit den Kostümen und dem Look und der Tatsache, dass sie es halt so akkurat wollen, dann kann man es schon genießen. Und deswegen, ich habe die Show genossen zum Schluss. Die letzten zwei Episoden habe ich wirklich, ich war richtig drin. Und das kann ich nicht von den ersten paar Episoden sagen. Deswegen, ich bin froh, dass ich am Ball geblieben bin. Ich bin auch froh, dass ihr weiterhin gemeckert habt und gesagt habt, Yves, guck die Nummer zu Ende und dann gib erst dein Urteil. Habe ich gemacht und deswegen sage ich, es ist wesentlich besser als das, was ich erwartet habe. Ich habe einen Klumpen Kacke erwartet, was ich bekommen habe. Ist eine Liebeserklärung an den Anime und an die Mangas, die zwar nicht rankommt an das, was wir haben, aber für das, was es ist, wirklich anständig ist. Und das sind meine Gedanken zu One Piece auf Netflix. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu One Piece auf Netflix? Glaubt ihr, wir kriegen eine Staffel 2? Was hat euch am besten gefallen? Was hat euch am wenigsten gefallen? Und wie steht ihr zu der Thematik? Chopper, Brooke und so weiter. Wie werden die aussehen auf Netflix? Schreibt mir das alles in die Kommentare. Ich werde jetzt definitiv die Mangas wieder lesen, weil das hat die Serie für mich gemacht. Mein Fanherz ist wieder da. Mein Fanherz für One Piece ist wieder da. Und allein deswegen muss ich Danke sagen. Allein deswegen sage ich der Serie Danke. Schreibt mir alles in die Kommentare, was ich euch vor ca. 10 Sekunden gefragt habe. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.